Ähm, hallo. Was bist du denn für ein Bekloppter? Ja, ein Dummer. Ein Biertrinker. Was ist denn das? Das ist ein Dosenhut. Wie viele Dosen sind das? 272. Wie lange hast du getrunken? Äh, etliche Wochen. Bist du auch hier zum Campen? Ja. Und wie gefällt es dir dieses Jahr? Einmal frei, alles gut. Matsch, egal, egal. Läuft. Läuft. Sonne, ab und zu, Sonne, alles klar, läuft. Dann viel Spaß damit. Alles klar. Den baue ich nach. Ja, mach das. Echt cool, oder?